Hallo und herzlich willkommen zu einer der ganzen Folge von Minecraft, äh, welchen Besuchern hier heute auf dem Kanal? Mit dir, dem Herrn Gleich! Und ja, wir machen heute einfach mal wieder ein Pack-Opening, was ihr sehr, 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 sehr unschwer am Titel erkennen konntet. Und wir fangen einfach mal an. Na, äh, so. Mit mir, dem Herrn Gleich! Nein, du bist überhaupt nicht der Herr Gleich. Du bist ein Faker. Ich bin, ich bin ein Faker. Du bist ein Faker. Ich bin sein Faker. Du bist ein Faker. Ich bin sein Faker. Ein totaler Faker bist du. So, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir in den Shop rein. Und dann heißt das los, geht's? Und dann ist das los, geht's? Nö, ich sag Quatsch. To opening, genau. So. Und ich übersteuere. So, und jetzt geht's los. Hier, Drogen, Propane, Gewünscht Blätter, Rindfleisch gefülltes Kolo, Gewünscht Blätter, Gamer, Gewünscht Blätter. Gamer! Gamer, Tam. Nein, was du bist? Oh, mein Stühm, ja. 植 Арkl 하99. Gewünscht Blätter, 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 Weisesch nicht, Geld. Drogen, wahrscheinlich Kuga Football Team, Drogen, gewünscht Blätter. eine Waffe, gute Fee, roter Kombi, roter Kombi, Seidenhäffchen Pyjama, gewünscht Splitter, Panther, Knuddelner, Steve, gewünscht Splitter, Steve Spielzeug, Hank, Linda, Speisekammerwaffen, Money Tomat Zigaretten, gewünscht Splitter, Gucci Copy, gewünscht Splitter, Hank Hells Spukhaus, gewünscht Splitter, Flugzeug, Espresso, Sport, Rogers Raumschiff, James Woods High School, Dr. Seidberg, Kostüm, McBurgertown, Kunst, Baseball, Geld, Flugzeug, Musik, Kostüm, Olofonitz, Panhandler Steakhouse, Gucci Copy, Maud, Lotto Gewinner, Espresso, Essence Truck, Pearl Bailey High School, Pizza Overlord, Luan, Burger Boss, Crack, Stance SUV, Hammers, Krötenlecken, Krötenlecken, Krippenbabys, Burger Boss, Jean, Krippenbabys, Bluegrass, Jean, Vitruvianischer Mensch. Okay, ähm... Vitruvianischer Mensch? Ja. Ja, wenigstens eine epische, hallo. Ah ja. Der Frauen hat schon genug Gelack von mir abbekommen. Äh, so, mit der Einstellung klickst du da drauf, oder was? Mit dieser Einstellung klickst du bei mir hier drauf, oder was? Das ist deine Einstellung. Du hast ja schon genug Lack von mir abbekommen, äh, alter, was willst denn du von mir noch? Warte mal, jetzt lass uns mal gucken. Was ist das nächste Mal? Jetzt sind wir mal phänomenal. Jetzt heißt der schon Kraftstein. Oh, das ist ein Kraftstein. Oh, Power ist da unten, das ist ein Kraftstein. Drunken Clam. Drunken Clam. Und Schutzanzüge. Die wüsste die ganze Zeit für mich haben, so. Also jetzt, und jetzt geht's hier hoch in die Herausforderung. Shop. Zwo, ist super viel Packs. Zwo Apple. Mythic in coming. Mythic in coming. Mythic, Mythic. Dojo Biden. Und jetzt kommt die nächste Mythic, auf jeden Fall. Auf geht's. Mythic, 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 Mythic. Oh. Das Ding ist. Wuhu. Hahaha. Jetzt, wieso guckst du gerade so gefrustet? Frust du dich etwa nicht für deinen alten Fall, hä? Wie sieht das so aus, als wärst du gerade gefrustet? Hilfe des Dinges. Danke, du bist so geil. Auch wenn du es mir gerade nicht wirklich günstig. Nein, ich weiß, dass ich cool bin. Also. Jetzt kann ich es sogar gleich erforschen. Ja, ich hätte dir zwar eine Mythic gewünscht, aber... Des Dinges kann ich jetzt gleich erforschen. Die musst du... Die müsstest du von mir abkaufen, die Mythics. Ist das nicht geil. Ich hab ja erst vor kurzem... Ähm... Wuhu. ...zube-Empfecht geöffnet und hab sogar eine Mythic gezogen. Ich hab's nur noch... Ich hab's... Ohne Witz, ich hab's noch nicht in den Chat geschrieben, aber ich hab, ähm... Eine Mythic gezogen aus so einem Pack. Und zwar, du kriegst dann, wenn du so ein Pack öffnest, oder ziehst du eine Mythic... Du ziehst dann diese Mythic und kriegst dann 250 Fragments davon, also direkt. Mhm. Du ziehst dann direkt, was du für eine Mythic. Und ich hab die Stewie, den Stewie gezogen. Den Stewie? Den Stewie als Mythic. Der ist nie so... Du hast den Stewie als Mythic gezogen. Ja. Du hast den Stewie als Mythic. Ich zeig's dir. Laber doch kein... Ich zeig's dir. Laber doch kein Kram. Ich zeig's dir. Du hast doch kein Stewie als Mythic. Ich zeig's dir. Erzähl mir doch nicht so... Ich zeig's dir. Du hast doch nie im Leben, never ever, hast du einen Stewie als Mythic. Ich zeig's dir. Erzähl mir doch nix. Ich zeig's dir. ach geht weiter kommt ich habe schleich die gegen 0 0 0 0 möchte ich auch schnell noch mal kämpfen also wenn ich schon 0 0 0 0 dann auch wenn es nun was heißt was gibst du mir wenn ich jetzt zeige ich habe du hast doch keine mythik doch du hast keine mythik das ist ganz einfach du hast keine mythik nein hast du nicht doch nein du bist ein ein lügner du bist ein leier du bist so was von ein leier jetzt geht kein quatsch soll ich dir zeigen ja zeigst du mir was soll ich denn dir dafür geben wo scheiße verloren nein habe ich nicht ich habe da vorne so 0 0 0 dann wärst du hier wahrscheinlich schon ausgeflippt ja das hättest du gar nicht für dich behalten können so ist immer wieder raus geflogen aus dem kram hier wenn ich euch gefallen hat und das ding ist natürlich auch mal was ich muss mir das ding ist noch anschauen und danach würde ich sagen das ding ist muss ich mir noch anschauen die mythik die ist nice die ich gezogen habe und du hat er hat überhaupt keine mythik gezogen der das ein lügner habe ich du bist so ein lügner ich habe nur mythik gezogen wo denn in deinen träumen hast du mythik eine mythik gezogen ja eben ja in deinen träumen nein doch nicht nein du träumst ja nur von minecraft nein doch manchmal manchmal erzählst du davon im traum doch nein im traum erzählst du mir davon er schreibt zu mir ich habe so die muss ich jetzt muss erstmal schnell angucken des dinges kann man schnell hoch erzählt keine ich habe sauber die spiele nicht bist du selber schuld ich weiß es nicht ja ich weiß aber ich weiß nicht wie sind die ist so jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken wie selten wäre die ist die denn überhaupt ja die ist so ist man gucken ist das ding ja meine täglich neun bis fünf habe ich jetzt auch schon coole sache brauche ich mich da auch schon nicht mehr darum zu kümmern gehe ich noch mal den shop rein und gucke schon beim super epic pack was da also wo ist denn da das ding ist die ist ganz rechts oder so selten kann die jetzt gar nicht sein ja ich wollte kurz sagen weil normalerweise jetzt mal von rechts nach links wird es immer immer seltener da sind peter und das kann ich auch nicht stimmen klaus heißler da bin ich ja mal gespannt ehrlich da bin ich ja mal gespannt so mega 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 nice so alles klar wenn es euch gefallen hat lasst mir mal like der schreibt mir was die kommentare aboniert den kanal und schaue das nichts mehr mit der ice animations und ich mache es gut bis dann und tschüss